hallo ihr lieben ganz herzliches willkommen zu einer neuen stricken leitung von mir und heute möchte ich mit euch ein shirt stricken dass ihr soeben noch auf dem foto gesehen habt und ich verwende hier bei dieser anleitung das ganz sky von huli hax 100 prozentige baumwolle ihr benötigt außerdem strick nadeln ich habe sie noch auf der nadel strick nadeln der stärke 6,0 ich verwende hierfür größe 36 38 2 knäule das sind 100 gramm sind 250 meter so könnt ihr das für euch entsprechend umrechnen für jede weitere doppelgröße solltet ihr dann ungefähr ein halbes weiteres knäule einkalkulieren des weiteren benötigt ihr natürlich schere und wollnadel sowie ein maßband ist super wichtig weil wir eine raglan stricken leitung jetzt hier haben also raglan von oben rv o und wie immer sei an dieser stelle erwähnt wenn euch dieses video dieser anleitung gefällt würde ich mich selber gefällt mir däumchen freuen falls noch nicht geschehen würde ich mich auch sehr freuen wenn ihr meinen kanal abonniert dann seid ihr nämlich immer eine der ersten die erfahren wenn ein neues video online ist und könnt als eine der ersten sofort los starten und wenn mal unklarheiten da sind zu einer anleitung von mir dann könnt ihr fragen rund um die uhr auch gerne in meiner facebook gruppe stellen den link dazu hinterlasse ich euch in der infobox direkt unter diesem video und jetzt will ich nicht länger rumsabbeln es soll endlich losgehen ich wünsche euch viel spaß so bevor wir mit unserem neuen projekt starten können muss ich euch noch einiges vorweg erklären und wir müssen mit ja mit ein paar zahlen jonglieren also der unangenehme teil des ganzen der kommt jetzt zuerst und ich hoffe ich kann euch das stück für stück gut durchführen ich habe ja in den letzten jahren schon die eine oder andere rvo strick anleitung gemacht wo sogar anfänger die noch nie was damit anfangen konnten dann doch zu ihrem strick projekt ganz wunderbar gekommen sind und ich hoffe dass es dieses mal jetzt auch wieder gelingt zunächst einmal benötigen wir unser maßband das ist jetzt erstmal unser wichtigstes utensil für den anfang und zwar müssen wir unseren hals umfang ermitteln falls ihr den nicht schon ist das hier ganz das ganze noch mal ein bisschen zu verdecken wir müssen jetzt erstmal den hals umfang nehmen bei mir sind es 33 cm ich summe mal ein bisschen ran ihr müsstet am besten ist ihr macht euch genau so eine liste wie ich sie hier habe dann ist es sehr übersichtlich und man kommt mit den ganzen zahlen die jetzt nach und nach dazu kommen nicht durcheinander man hat alles im überblick und man kann jederzeit darauf zurückgreifen also tragt euch bitte ein euren hals umfang wie viel zentimeter ist der dann kommen wir zu dem nächsten schritt maßband zur seite dann kommen wir zu dem nächsten schritt wir müssen eine maschenprobe machen ich gehe mal davon aus dass nicht jeder mit dem originalgarn stricken wird so wie ich das hier mit der mit der sky gemacht habe und deshalb ist es halt eben auch für jedes garn anpassbar und für jede nadel stärke und deshalb müsst ihr unbedingt eine maschenprobe machen außerdem selbst wenn ihr mit dem originalgarn stricken würdet ist es ja so jeder strickt unterschiedlich locker oder fest und deshalb kann es jederzeit auch mal sein dass eure angabe davon von meiner hier abweicht und damit das alles immer noch passgenau ist müsstet ihr selber eine maschenprobe anfertigen das heißt ihr müsst ermitteln wie viele maschen auf zehn zentimeter länge kommen ganz wichtig auf rechte maschen gestrickt vorderseite rückseite kraus natürlich ihr müsstet ein paar rein hin und her stricken also nicht einfach nur maschen aufnehmen und das dann abmessen sondern durchaus ein paar rein stricken damit ihr das dann mit dem maßband abmessen könnt vielleicht habt ihr ja auch eine maschen proben schablone gibt es ja mittlerweile auch die das dann eben ermitteln so ich das sind bei mir 15 maschen also tragt ihr euch das auch ein auf eure liste und dann müssen wir uns ausrechnen wie viele maschen auf ein zentimeter kommen das ist eigentlich ganz einfach wir nehmen dann unsere maschenzahl das ist bei mir die 15 geteilt durch zehn zentimeter sind 1,5 maschen pro 1 zentimeter ist natürlich immer so eine sache man kann natürlich mit einer krummen zahl nichts anfangen aber das ist gar nicht so schlimm wir rechnen damit ja gleich weiter also kann auch so eine krumme zahl mit einem komma ruhig eingetragen werden und dann geht es auch schon weiter mit der berechnung so wir müssen jetzt natürlich ermitteln wie viele maschen brauchen wir für den kompletten halsumfang also rechnen wir 1,5 maschen das ist ja pro 1 zentimeter mal den halsumfang bei mir 33 zentimeter sind 49,5 und da ist es jetzt so da müssen wir jetzt aufrunden oder wahlweise abrunden da ich muss auf die nächste glatte gerade zahl kommen die durch zwei teilbar ist und das ist bei mir die 50 und jetzt geht es weiter die zahlen die jetzt kommen die kommen gleich im nächsten schritt wieder vor also erstmal einfach nur kopflos mitmachen sonst wenn ich zu viel dazu auf einmal erkläre geraten alle durcheinander also dann nehmen wir die 50 die hier aufgerundet habe und teilen die durch zwei dann habe ich hier 25 dass es wieder nicht durch zwei teilbar also nämlich die nächste höhere das sind die 26 mein kater im hintergrund bestätigt das tatkräftig und sehr energisch also dann gehen wir eine runde weiter nehmen die 26 und teilen die auch noch mal durch zwei kommt 13 raus auch das ist nicht durch zwei teilbar also nämlich die nächste höhere die durch zwei teilbar ist diese zahlen hier die hier in klammern geschrieben habt die durch zwei teilbar sind die ergebnisse die kommen jetzt vor in der weiteren aufteilung so also rücken maschen sind die ist die zweite zahl also die 26 pro ärmel jeweils 14 maschen für die vorderseite insgesamt 50 maschen für die vorderseite deshalb mehr weil wir vorne rum immer mehr platz brauchen für die raglan linie wir haben ja vier raglan linien vorne zwei hinten zwei jeweils eine masche also insgesamt vier maschen für die raglan linie einkalkulieren dann ist es noch so dass wir und ich erkläre jetzt nicht alles komplett auf einmal wenn ich alles jeden schritt konsequent jetzt auf einmal erklären würde kommen so viele wörter und zahlen und begriffe dann kommt ihr durcheinander erst mal gewisse dinge einfach so hinnehmen ich erkläre an der passenden stelle während der anleitung warum wieso weshalb also die vorderseite noch mal in drei teile aufteilen das sind dann bei mir jeweils circa dreimal 16 maschen das müsst ihr für euch auch machen das heißt eure maschenzahl die ihr für die vorderseite habt bei mir die 50 durch drei teilen und das bleibt jetzt erst mal so stehen das beachten wir jetzt erst mal nicht mehr aber erst mal ist es wichtig dass auf dem zettel zu schreiben aber darum kümmern wir uns später das bleibt erst mal außen vor jetzt geht es erst mal darum wir müssen jetzt ermitteln wie viele maschen ich insgesamt am anfang oder wir insgesamt am anfang aufnehmen müssen und das bedeutet die 26 maschen für den rücken nehmen wir auf zweimal 14 maschen für die beiden ärmel und jetzt steht hier eine 2 warum eine 2 weil wir für die vorderseite auf der linken und rechten seite jeweils erst einmal nur eine masche aufnehmen der rest kommt später dazu also zwei maschen für die vorderseite und die vier maschen für die ragland linie wie gesagt ich werde in dieser anleitung stück für stück alles weitere erklären jetzt geht es erst mal nur darum dass wir unsere zahlen haben und dass wir wissen wie viele maschen wir am anfang aufnehmen wollen bei mir sind das dann zusammengerechnet 60 maschen also 26 rücken rechter ärmel linker ärmel zwei maschen für die vorderseite das gilt für alle egal mit welchem gahn egal für welche größe zwei maschen für die vorderseite und das gilt auch für alle vier ragland maschen das zusammengerechnet ergibt die zahl die ihr jetzt als maschen aufnimmt und schon kann es mit der maschen aufnahme losgehen so und wenn ihr dann eure maschen aufgenommen habt geht es um die verteilung der maschen markierer ich habe hier alle ragland maschen markiert damit ich sie nicht aus den augen verliere also die erste masche ist ja für die vorderseite die zweite ist eine ragland masche die bitte markieren danach zählt ihr eure ärmel maschen ab bei mir sind das ja 14 ihr müsstet dann eure zahl entsprechend anpassen ich zähle hier 14 maschen ab und in die fünfzehnte kommt auch ein markierer das ist wieder eine ragland masche dann gehe ich hier zur anderen seite mache das gleiche die erste masche ist für die vorderseite die zweite ist immer eine ragland masche hier dann eure ärmel maschen abzielen bei mir 14 und in die fünfzehnte das ist wieder eine ragland masche ein markierer rein friemeln und dann kann es auch schon losgehen mit reihe 1 in reihe 1 nehmen wir noch keine maschen am rand zu das geht erst ab reihe 3 los jetzt kümmern wir uns erstmal nur um die erste reihe um erstmal rein zu finden und die ragland maschen zu stricken entsprechend damit beginnen wir in reihe 1 so ich ziehe mir die maschen hier jetzt noch mal schnell zurecht so also wir beginnen mit einer rechten masche für die vorderseite und jetzt sind wir wie gesagt an der ersten ragland masche vor der ersten ragland masche ein umschlag die ragland masche selber als eine linke masche und danach einen umschlag die ärmel maschen werden alle rechts gestrickt 1 2 3 mal gute also Jetzt muss ich ihn nochmal mit abzählen. Okay, da bin ich schon bei 14. So, jetzt bin ich bei der nächsten Racklernmasche. Vor der Racklernmasche immer ein Umschlag in der Hinreihe, dann die Racklernmasche selber als eine linke Masche und dann danach ein Umschlag. Und dann wieder rechte Maschen, hier die ganzen Rückenmaschen werden alle als rechte Masche gestrickt, bis zur nächsten Racklernmasche. Vor der Racklernmasche ein Umschlag, die Racklernmasche selbst als eine linke Masche, danach wieder ein Umschlag. Die Racklernmaschen wieder rechts stricken, vor der Racklernmasche Umschlag, die Racklernmasche selber als linke Masche stricken, danach wieder ein Umschlag und die letzte Masche wird rechts gestrickt. Das arbeite ich jetzt erstmal vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Reihe 2 und auch alle anderen Rückreihen, die werden alle gleich gestrickt, also am Anfang werden grundsätzlich keine Zunahmen gemacht und auch keine Umschläge oder sonst was gestrickt, also es kommen keine weiteren Maschen dazu. Wir stricken alle Maschen als linke Maschen, auch die Umschläge, die wir in der Vorreihe gemacht haben, außer die Racklernmaschen selbst, die stricken wir als eine rechte Masche. Aber ansonsten die komplette Reihe durchgehend linke Maschen. Und so wird jede Rückreihe gestrickt. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum strickt ihr jetzt hier Racklern in Reihen, weil das am Anfang erstmal so ist, bis wir unsere Zunahmen auf der Vorderseite alle vollständig haben. Dazu komme ich gleich noch. Ab Reihe 3 kommt zusätzlich, wie ich bereits am Anfang erklärt habe, dann auch die Zunahmen am Rand für die Vorderseite. Und wie machen wir das? Wie folgt, wir stricken erst einmal in der ersten Masche eine rechte Masche, lassen die dann noch auf der linken Nadel, stechen durch die gleiche Masche von hinten nochmal ein und stricken eine Masche rechts verschränkt zusätzlich. Und dann eine Masche rechts, dann sind wir hier ja schon an der Racklernmasche, ein Umschlag, die Racklernmasche links stricken, ein Umschlag und dann ganz normal weiter stricken. Die Ärmelmaschen bis zur Racklernmasche, dann wieder ein Umschlag, eine Masche links, also die Racklernmasche, ein Umschlag und dann geht es so weiter. Und die letzte Masche wird auch wieder mit einer Zunahme gestrickt, das heißt eine Masche rechts stricken, durch die gleiche Masche nochmal von hinten einstechen, von der Rückseite und eine Masche rechts verschränkt heraus stricken. Das war Reihe 3, in Reihe 4, wie ich bereits erklärt habe, einfach ganz normal weiter stricken, ohne Zunahmen am Rand, linke Maschen und die Racklernmaschen selbst als rechte Maschen stricken und dann geht es gleich weiter. So, ich habe euch jetzt nochmal eine kleine Skizze mitgebracht, es geht nochmal um die Maschen auf der Vorderseite. Damit ihr euch das bildlich ein bisschen vorstellen könnt, ich habe euch das mal hier aus der Vogelperspektive sozusagen aufgezeichnet. Diese gestrichelten Linien hier bilden diese Racklernlinien, die Racklernmaschen, die wir stricken. Diese durchgezogenen Linien sind einfach die Umrisse des Ausschnitts und hier vorne die Vorderseite habe ich bereits in drei Teile aufgeteilt und wir stricken ja bereits von hier an und von hier an mit den Zunahmen. Diese gestrichelte Linie, dazu kommen wir dann später irgendwann noch im Verlauf der Anleitung. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die linke und die rechte Seite, die ich euch erklären möchte. Wir nehmen ja ab der dritten Reihe am Rand, am Anfang und am Ende immer eine Masche zu. Und wir müssen jetzt natürlich ausrechnen, wie viele Reihen lang wir das machen müssen, damit wir auf unsere Maschenzahl hier kommen. Es geht erstmal um diese 16 auf der rechten Seite und die 16 auf der linken Seite. Wie gesagt, die mittlere 16, dazu kommen wir irgendwann später. Wir müssen jetzt erstmal bedenken, wir haben zu Anfang links und rechts jeweils ja eine Masche für die Vorderseite mit aufgenommen. Und das ist bei mir, ich habe ja hier die 16 stehen, ich brauche insgesamt 16 Maschen für die linke und für die rechte Seite. Das bedeutet im Umkehrschluss, jetzt habe ich es hier nochmal so aufgezeichnet, links und rechts habe ich ja zu Anfang eine Masche aufgenommen. Und ich muss insgesamt jeweils 15 Maschen noch zunehmen, das heißt also 15 Hinreihen lang am Rand jeweils immer eine Masche zunehmen, bis ich dann auf diese 16 gekommen bin. Und ja, das mache ich jetzt erstmal so weiter, das heißt also 15 Hinreihen lang immer eine Masche am Rand zunehmen, bis ich dann alle meine Maschen habe, die ich für die rechte und für die linke Seite jeweils benötige. Und wenn ich dann zu diesem Arbeitsschritt hier komme, wo ich die letzten, die dritte 16 hier aufnehme, dann schalte ich mich wieder zu euch rein, dann erkläre ich euch genau diesen Schritt. So, ich bin jetzt genau an diesem Punkt angekommen, den ich euch vorweg erklärt habe, dass ich alle meine Zunahmen am Rand fertig gestrickt habe, hatte die letzte Rückrunde gestrickt mit den linken Maschen und jetzt die erste Rückreihe, die erste Hinreihe ohne Zunahmen am Rand gestrickt. Mit der bin ich jetzt fertig, ich bin jetzt hier an der letzten Masche angekommen und jetzt geht es darum, diese letzten 16 Maschen, die jetzt hier noch ausstehen, die müssen ja jetzt noch zugenommen werden und die werden jetzt alle auf einmal am Rand zugenommen. Und das mache ich wie folgt, ich nehme den Faden mit dem Ringfinger und dem Kleinfinger, gehe mit dem Daumen drüber, mache eine Schlaufe, gehe mit der Nadel da drunter und dann habe ich eine Masche. Die zweite, die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. So, jetzt zähle ich nochmal nach. Eine zu viel. Oder? Ne, doch, war doch richtig, so. Und jetzt kommt ein Maschenmarkierer direkt auf die Nadel drauf. Der zeigt an, wann eine Runde vorbei ist, denn jetzt schließen wir das Ganze zur Runde und wir müssen ja wissen, wenn immer eine Runde vorbei ist und die nächste beginnt. Und ich stricke jetzt nur noch in Runden keine Hin- und Herreihen mehr. Und jetzt müssen wir folgendes beachten. Ich hatte ja in der Hinreihe zwar am Rand keine Zunahmen mehr gestrickt, aber trotzdem immer noch Zunahmen über die Umschläge hier gestrickt. Wir müssen jetzt immer eine Runde, die jetzt danach kommt, stricke ich ohne neue Umschläge, sondern einfach rechte Maschen durchgehend. Die Racklernmasche weiter als linke Maschen komplett durch und erst danach kommt wieder eine Runde, wo Umschläge kommen. Das muss jetzt immer abwechselnd gemacht werden. Darauf müsstet ihr jetzt achten, wenn ihr das Ganze zur Runde geschlossen habt. Dass immer eine Runde mit Umschlägen vor den Racklernmaschen und die Runde danach ohne neue Umschläge, also ohne Zunahmen durch die Umschläge gestrickt werden. Und das stricke ich jetzt erstmal Runde um Runde weiter, immer im Wechsel, einmal mit Umschläge, einmal ohne Umschläge vor und nach den Racklernmaschen. Und wenn ich zum nächsten Arbeitsschritt gelange, dann zeige ich euch hier an dieser Stelle natürlich, wie es weitergeht. Ihr stellt euch wahrscheinlich die Frage, wie viele Runden muss ich stricken, bis meine Racklernlinie lang genug ist, damit ich die Armausschnitte machen kann. Und hierfür benötigt ihr dann nochmal das Maßband. Maßband, ihr müsst das anlegen, direkt bei euch, ja an diesem, ja ich möchte fast sagen Knick, aber Knick ist es nicht richtig, dort wo der Hals aufhört und die Schulterpartie beginnt. Genau an diesem Punkt müsst ihr das Maßband anlegen und schräg runtermessen bis unter die Achselhöhle. Da kommen dann, also bei mir sind das rund 20 cm, bei jedem natürlich unterschiedlich. Und ihr müsstet dann nochmal so circa 2 bis 3 cm drauf rechnen. So lang muss dann im Endeffekt die komplette Racklernlinie sein, bis ihr damit fertig seid und dann die Armausschnitte machen könnt. Allerdings dürft ihr nicht jetzt einfach so weiter stricken mit eurem Projekt, bis ihr eure Zentimeterzahl erreicht habt, sondern ihr müsstet ungefähr so 3 cm vorweg anfangen mit einem Bündchen für die Ärmel das zu stricken. Also, weil sonst wenn ihr alles nur glatt recht strickt, dann sieht das nachher nicht so gut aus, wenn ihr dann einfach die Maschen abkettet, weil sich der äußere Rand dann auch so nach innen wählt oder nach außen wählt. Und das wäre dann etwas unschön. Deshalb geht es darum, rechtzeitig ein Bündchen zu stricken für die Ärmelmaschen. Und ich zoome jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Sonst habt ihr ein bisschen, das ist alles zu nah dran. Ich bin jetzt hier schon direkt an der Racklernlinie. Hier sind meine ersten Ärmelmaschen in der Runde. Ich habe mich für ein Krausesbündchen entschieden, also kein Rippenbündchen. Und das wird dann immer abwechselnd mit linken und mal mit rechten Maschen pro Runde gestrickt. Also, ich bin jetzt hier bei der Racklernlinie, bei der Racklernmasche, habe wieder den Umschlag. Und jetzt ist es so, dass ich alle Ärmelmaschen als linke Maschen stricke in dieser Runde. Also einmal hier vorne und dann auf der anderen Seite auch noch. Also bis zur letzten Masche, bevor die nächste Racklernmasche kommt, werden alle Maschen links gestrickt. Dann kommt ein Umschlag. Die Racklernmasche selbst natürlich, wie immer, auch wieder links. Der Umschlag und dann die Rückenmaschen werden alle rechts gestrickt. Die Ärmelmaschen auf der anderen Seite wieder links stricken. Und die Maschen für die Vorderseite auch rechts stricken. Und in der nächsten Runde werden dann die Ärmelmaschen wieder als rechte Maschen gestrickt. Also die Racklermasche habe ich hier einmal als linke Masche. Dann der Umschlag aus der Vorrunde. Und dann alle Maschen vom Ärmel, von beiden Ärmeln auch wieder als rechte Maschen stricken. Das wird dann immer von Runde zu Runde abgewechselt. Eine Runde werden die Ärmelmaschen als linke Maschen gestrickt und in der danach folgenden Runde als rechte Maschen. Und zwar so lange, bis ihr euer Bündchen fertig habt, beziehungsweise bis ihr die Länge der Racklernlinie so weit erreicht habt, dass ihr eure Maße plus die weiteren 2 bis 3 cm erreicht habt. So, und wenn ihr dann alle benötigten Reihen fertig gestrickt habt und eure Racklernlinie entsprechend lang ist, ist es Zeit, die Ärmelmaschen abzuketten und auch wirklich nur die Ärmelmaschen auf dieser Seite und der anderen Seite. Alle anderen Maschen für die Vorder- und Rückseite des Shirts verbleiben. So, ich bin jetzt hier an der Racklernmasche, die stricke ich als eine linke Masche ab, wie immer. Und dann bin ich hier beim Umschlag aus der Vorrunde, den stricke ich als eine rechte Masche, danach noch eine weitere rechte Masche und dann, es muss elastisch abgekettet werden, gehe ich mit der linken Nadel nochmal durch beide rechts gestrickte Maschen, so, ein bisschen bruckelig so, und dann hole ich mit der rechten Nadel nochmal den Faden und ziehe ihn durch beide Maschen hindurch. Warum elastisches Abketten? Weil, wenn wir auf normale Art und Weise abketten, wird die Abkettnaht recht steif und fest und dann wird es sehr unangenehm beim Tragen, bei Bündchen und Ausschnitten und so weiter, ist es immer besser, auf elastische Weise abzuketten. Die nächste Masche wird rechts gestrickt, dann wieder mit der linken Nadel durch die beiden Maschen gehen, mit der rechten den Faden holen, durch die beiden Maschen ziehen und fertig. Wieder eine Masche rechts stricken und dann mit der linken Nadel durch die beiden Maschen gehen, mit der rechten Nadel den Faden holen und so geht das jetzt die ganzen Ärmelmaschen entlang weiter. Wenn ihr dann alle Ärmelmaschen abgekettet habt und bei der Raglanmasche angekommen seid auf der anderen Seite, strickt ihr diese als eine linke Masche, geht dann auch nochmal mit der linken Nadel durch beide Maschen und holt den Faden noch ein letztes Mal durch. Also das heißt, die Raglanmasche muss da auch nochmal mit eingearbeitet werden, damit die hier als eine Masche übrig bleibt und dann könnt ihr ganz normal die Rückenmaschen abstricken als rechte Maschen und sobald ihr auf der anderen Seite bei den Ärmelmaschen angekommen seid, nach der ersten Raglanmasche werden alle Maschen abgekettet auf elastische Art und Weise und bis zur letzten Masche und dann nochmal mit der letzten Raglanmasche zusammen abketten und dann wird ganz normal weiter gestrickt und das mache ich jetzt hier auch und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Und wenn ihr dann in der nächsten Runde angekommen seid und alle Maschen der Vorderseite bis zur Raglanmasche selber abgestrickt habt, die Raglanmasche selber wird dann ab jetzt als eine rechte Masche gestrickt, dann wendet ihr nicht, sondern wir stricken ja weiter in Runden, wir schieben einfach die Maschen der Rückseite nach vorne und stricken einfach weiter. Das heißt also, die Ärmelmaschen, die werden ab jetzt nicht mehr mitgestrickt, der Ärmel ist sozusagen fertig und wir stricken nur noch in Runden die Vorderseite und die Rückseite zusammen. Das heißt also, ich gehe jetzt hier in die Rückseite über und stricke hier bis zum Rand, auch hier, die Raglanmaschen werden jetzt als rechte Maschen gestrickt und wenn ich dann hier am Ende angekommen bin, dann schiebe ich die Maschen der Vorderseite zusammen, sodass ich den nächsten Ärmel fertig stelle und stricke einfach die komplette Runde mit rechten Maschen. Wenn ihr diese Runde dann auch fertig gestrickt habt, gehen wir zum nächsten Schritt über und zwar müsstet ihr dann einmal in der kompletten Runde nachzählen, wie viele Maschen ihr jetzt noch auf der Nadel habt, also von der Vorderseite und der Rückseite alle Maschen zusammengezählt. Bei mir sind es 166 und wir müssen jetzt insgesamt auf eine Zahl kommen, die teilbar ist durch 15, denn wenn wir das Hauptmuster stricken wollen, muss die Maschenzahl insgesamt teilbar sein durch 15, das ist 166 bekanntermaßen nicht, das wäre aber 165. und deshalb werde ich jetzt in der nächsten Runde eine Masche abnehmen. Das kann ich an beliebiger Stelle machen, aber ich mache es hier gleich am Anfang und zwar indem ich zwei Maschen rechts zusammenstricke. Ihr müsst schauen, ob ihr näher an einer aufgerundeten Zahl seid, die teilbar ist durch 15, oder ob ihr näher an einer abgerundeten Zahl seid, denn das entscheidet darüber, ob ihr Maschen zunehmt oder abnehmt. Maschen abnehmen habe ich euch ja eben gezeigt, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Wenn ihr zunehmt, macht ihr das genauso, wie ich euch das eingangs erklärt habe, beim Maschen zunehmen am Rand. Und zwar, ich zeige euch das nochmal, eine Masche rechts stricken, die Masche bleibt auf der Nadel und ihr strickt nochmal durch die gleiche Masche hinten herum, eine Masche rechts verschränkt. Dann habt ihr aus einer Masche zwei heraus gestrickt. Ihr solltet auf gar keinen Fall alle Zunahmen direkt hintereinander machen, sondern verteilt über die komplette Runde, genauso auch die Abnahmen. Wenn ihr alle Zunahmen direkt hintereinander macht, könnte so eine kleine Beule entstehen, weil zu viele Zunahmen auf einem Haufen sind. Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr zu viele Abnahmen hintereinander macht, also direkt eine nach der nächsten, dann rafft sich das Ganze auf dieser einen Stelle und das sieht dann halt eben komisch aus. Also wenn ihr mehrere Abnahmen oder Zunahmen strickt, dann müsst ihr das gleichmäßig verteilt über die gesamte Runde machen. So, und den Rest, den stricke ich jetzt einfach ganz normal in rechten Maschen und wenn ich diese Runde beendet habe, dann beginnt das Hauptmuster und das erkläre ich euch dann jetzt im nächsten Abschnitt. Vielen Dank.